püree oder zucker hatte gefahren wie im festival wegen dir ist ja was passiert in leipzig auf dem festival ja du dachtest ich bin auf dem highfield festival wahrscheinlich weil das war ja in leipzig genau da ist ja das riesenrad hat ja angefangen zu brennen das war mal den käse grün brauchen wir nicht mozarella und parmesan mozarella zweimal parmesan einmal und sonst zweimal milch chronik und ja hast du Sorgen gemacht oder wie hast du Sorgen gemacht bitte sagt ja einfach ja das war auch witzig stück so tats natürlich ja so will ich das auch hören dachte der vorher wenn mein kopfertum hat geholfen dabei habe es ja gut gelernt mittlerweile muss man sagen warum warum ist denn die pinke hier ist die rote schmeißt doch die weg nötig platz weg hier so machen wir den erst mit da rein so wie wir aus passiv hier noch einen schönen abend mal lieber da da shampoo also ist zu machen da also dass sie da nicht gleich noch zwei neue eingestellt haben von mir aus auch ein bisschen teurer aber wir brauchen definitiv irgendwann mehr definitiv das ist jetzt ja schon teilweise ja es klappt alles aber wie lange die doch hin und her latschen wenn wenn ich zugemacht habe oder wenn zu ist alle raus sind der latscht ja auch ewig hin und her weiß ich nicht schwierig so hier noch zu brauner rollzucker ah lecker schön brauner rollzucker gucken gleich können wir ja wieder was aufnehmen geld passt gerade ein bisschen was müssen wir wieder ausgeben daraus auch warum warum ist auf einmal zu viel von wieder da stehe es nicht ja weil bestimmt in dem moment wo ich bestelle laufen die mit dem scheiß kaffee komplett leer schon wieder was ist denn das ich hab's auch voll aber da kann sind ich darf die wirklich nicht mehr bestellen wenn da dreimal ich hab's auch voll aber da kann sind ich darf die wirklich nicht mehr bestellen wenn da dreimal pakete draußen sind darf ich nur zwei mal bestellen weil man nicht weiß wer damit gerade wieder unterwegs ist das noch zwölf drin wirklich sind fünf drin ich weiß mal ein bisschen was für den dienen rein kann hier ein paar reidiger tapps fressen hauptsache irgendwas im magen ist halt auch mal so denken hauptsache ist irgendwas im magen kommt kriegst eure mauzurella kugel reiniger bleichmittel und toilettenpapier toilettenpapier zweimal bleichmittel einmal mozurella ist nice oder für die klobbiotöse tapps fangen die produkte teuer zwar immer noch sechs aber schon mal besser naja drauf wie der müsse ist gestiegen müsli 57 also wir bestehen das erstmal was ist noch solch so einfach als ich das zu merken geschirr spült tapps auf 2020 kalbs kotelett haben wir ähnlich und so viel groß auf 25 30 ja 21 dann passt das ja so dann nehmen wir mal gehen wir einfach verwaltung rechnung bezahlen bezahlen hier auch mal und dann nehmen wir uns das nächste produkt auf wir brauchen ein neues regal da muss ich halt machen brauchen wir halt was haben wir da noch jetzt produkte das haben wir das haben wir steak wäre jetzt als nächstes machen wir mal erst dreimal ok uuuh das war dode teuer steak dreimal so 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 steak so 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 dein das Oh Was ist denn heute los hier mit diesem Affen-Wichser? Der zweite schon, ey Also heute ist der Boden los Also heute, ich habe einen schönen Tag Achso 13,40 Oh, 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 jawoll, genau, so sieht das in mir aus Okay Haben wir hier Öl Eine Bestimmung machen wir wie immer vorher fertig saft zweimal kleines brot und großes brot kleines brot und kleines brot einmal das dreimal oder zweimal zwar ist es oder machen wir auf wir machen jetzt noch einmal auf ein rauchen alles klar er geht einmal machen wir noch auf und dann würde ich würde ich heute sagen machen wir feierabend ich glaube die stimme ist noch nicht bereit für bis halb elf ich weiß ich rauche aber für rauchen ist die stimme gut ich habe diese nicht ganz ganz so bereit ich war netter dankeschön danke auch noch mal vielen vielen dank danke 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 und